Ja, Hallihallo, hier ist euer Dennis von der Bull vs. Bears Academy mit einem neuen Bitcoin-Update, mit einem kleinen Ethereum-Update und es geht auch um die Bitcoin-Dominanz, was sehr, sehr, sehr signifikant ist. Im Moment müssen wir an einem sehr, sehr signifikanten Punkt bei der Bitcoin-Dominanz und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. So, erstmal ein schönes neues Jahr 2022. Und ich hoffe, ihr seid alle super reingekommen, ohne große Kopfschmerzen. Bei mir war es so, so lala. Die in der Akademie, die Fördermitglieder, die haben schon ein Video-Update erhalten und dann kamen schon die Kommentare, ob es noch nicht ganz verkrachtet hätte, das Silvester. Ja, es ging ziemlich krass her, also ich habe es mir auch gut gehen lassen und das habe ich natürlich auch am nächsten Morgen, oder ja, doch am Morgen schon gemerkt. Gut, kommen wir aber jetzt zum Chart, ja. Zum Bitcoin-Chart und ich möchte jetzt erst einmal im Daily anfangen, was ich so sehe. Ja, ich habe jetzt hier in Blau ein mögliches aufsteigendes Dreieck. Und wie man jetzt auch aktuell sieht, ja, da haben wir hier einen Punkt, wo er draufgefallen ist, hier einen Punkt und jetzt aktuell wieder hier einen Punkt, wo es, ja, respektiert wurde, diese blaue Linie. Und ich sagte auch im letzten Update, soweit ich das noch im Kopf habe, dass er maximal hier auch drauf fahren könnte, aber hier Support finden muss, sodass er nicht komplett hier durchfällt, ja. Und er hat es gehalten, er hat auch hier diesen Kanal gehalten. Und was sehe ich jetzt in diesem Kanal? Dazu muss ich jetzt in den kleineren Timeframes gucken und dann sehen wir hier ein mögliches Descending-Triangel. Ja, natürlich, ein Descending-Triangel ist eher ein bearisches Pattern. Wenn ich mir jetzt mal angucke, was für einen starken Support mehr drunter haben und hier auch diese Linie, denke ich, dass die Chance trotzdem da ist, dass wir das Ganze bullisch verlassen. Und wenn wir jetzt auch gucken, wie hier diese Formation war, man kann natürlich da zwei Formationen einzeichnen, aber am naheliegendsten wäre hier auch ein Descending-Triangel, ja. Und dann seht ihr hier diese Linie da unten und hier diese Diagonale. Da sind wir auch nach oben schön ausgebrochen bis zum oberen Punkt. Und das erwarte ich persönlich auch hier, dass wir diese rote Trendlinie hier durchbrechen. Dann müssen wir natürlich noch hier diese Neckline durchbrechen, bevor wir dann hier weiter höher gehen, ja. Und die Sache ist natürlich die, dass hier diese gelbe Linie hier, ja, das habe ich im letzten Video auch gesagt, eine sehr signifikante Linie ist und die in der Vergangenheit natürlich auch sehr viel Beachtung geschenkt bekommen hat, ja. Also hier wäre es auf jeden Fall tricky, das Ganze, aber nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass wir hier da oben hinkommen, ja. Was dann passiert, das wäre unseriös, wenn ich jetzt sage, wir brechen jetzt nach oben aus. Ich gehe natürlich aus, dass wir nach oben ausbrechen, aber das kann sich wie gesagt noch hinziehen, ja. Bis Ende, das kann sich wirklich bis Ende Januar sogar hinziehen, Mitte Februar. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass es so lange dauert, aber ich zeige euch gleich nochmal das Fraktal vom letzten Mal, dann wisst ihr, was ich meine. Und genau. Es gibt auch viele, die wo hier zum Beispiel sagen, wir können hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation haben, also hier linke Schulter-Kopf- und rechte Schulter. Man muss natürlich sehen, das ist in einem Abwärtstrend, ja. Und ich habe es schon öfters gesehen, dass bei solchen Abwärtstrends, wenn so eine Formation kam, dass es wie ein Reversal war, ja. Das heißt, dass er aus einer SKS im Prinzip dann nicht, also nicht bearish ausgebrochen ist, sondern wirklich hier das Ganze bullisch aufgelöst hat. Deswegen muss man immer vorsichtig sein mit dem Ganzen. Und ich, wie gesagt, trade nach Breakouts oder auch nach FIP-Levels und so weiter, nach dem Dime-Pocket-Prinzip und so weiter und so fort. Und natürlich nach unserem neuen Wavereader. Den werde ich gleich mal ganz kurz zeigen, ja, wie der neue Wavereader aussieht. Aber ich möchte jetzt erst einmal hier die ganzen Analysen fertig machen. So, schauen wir uns kurz in Delhi auch die MAs an, ja. Und natürlich bleiben wir hier bei diesem Chart, ja, um zu sehen, wie die Relationen aussehen, ja. So, da haben wir hier, ich zoome mal mehr rein jetzt hier, ja. Ich war jetzt ein bisschen verwirrend, ja. Aber es ist einfach wichtig, außer die Linie, die können wir jetzt erstmal kurz rausnehmen, ja. Wie das Ganze hier so aussieht. Und zwar haben wir hier in Grau die 9er MA. Und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich die als sehr, sehr signifikante MA ansehe. Und gucken wir mal. Nur Widerstand. Nur Widerstand. Da ist nicht drüber gekommen im Daily, ja. Und das nächste Schwere wird natürlich hier in Gelb die M21 und hier die MA200. Also dieser Punkt, wenn er hier durchbrechen sollte, wird nochmal ein signifikanter Punkt. Da haben wir natürlich noch die EMA200. Aber ich sehe im Moment die MA200 als etwas stärker wie die EMA200. Ich habe es aber trotzdem drin, dass ich den Blick trotzdem nicht verliere. Dann haben wir hier die MA50 und da oben die Hunder da. Und das war es natürlich schon. Aber der muss jetzt erstmal über die 9er drüber. Das ist natürlich tricky. Aber er muss ausbrechen, ja. Er wird auch ausbrechen. Spätestens am, ich sage mal, 9. Januar ist es soweit. Sollte er wirklich hier nach unten ausbrechen, dann sehe ich eher schwarz, ja. Dann komme ich auch schon runter, ohne einen großartigen Pullback nach oben zu machen. Wieder in die 30.000er Zone. Aber ich sage euch jetzt mal, was ich so denke, was passieren wird. Und ich denke, wir werden hier noch auf jeden Fall nach oben kommen, ja. Und ich möchte euch auch noch hier die CPRs und Pivots natürlich zeigen. Neue Woche, beziehungsweise neue Woche, haben wir schon Mittwoch. Aber wir haben ja ein neues Weekly Pivot und CPR. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da sind wir hier im 4-Stunden-Timeframe. Ich habe den extra genommen, ja, um hier auch noch was zu zeigen, ja. Bevor wir in die CPS und Pivots reingehen. Hier haben wir eine mögliche bullische Divergenz, ja. Das heißt, im RSI haben wir Higher Lows und im Chart haben wir Lower Lows, ja. Das kann schon mal ein Anhaltspunkt sein, dass wir jetzt demnächst nach oben gehen. So, jetzt gehen wir mal in die Pivots rein und CPR ist das in Blau, das sind die Weekly, CPR sind Pivots. Also hier, das sind die Pivots und der Kasten ist das CPR. Und in Gelb, mannlich CPR und mannlich Pivots. Das sind natürlich auch neue, das ist ganz klar, ja. Und wir haben jetzt schon, hier in Gelb hat es angefangen, wir haben jetzt schon das mannlich CPR angetestet, was er zu über 85% macht. Das hat er geschafft, aber was er noch nicht geschafft hat, ist das Weekly CPR anzutesten. Das liegt nämlich hier bei 7.800, ja. Und ich gehe davon aus, ja, wenn er es nochmal machen will, mit einer WIG auf S1, ja. Dann sind wir zwar leicht unter der blauen Trendlinie von dem aufsteigenden Wedge, wo ich euch vorhin gezeigt hatte, aber ein WIG schadet nie, ja. Nichtsdestotrotz gehe ich stark davon aus, ja, weil, gerade weil wir hier eine Bullische Divergenz bilden oder gebildet haben und natürlich auch das Weekly CPR anzutesten wollen, beziehungsweise Bitcoin macht das gerne zu über 90%, dass das auch so kommen wird, gehe ich davon aus. Wie gesagt, keine Finanz- und Handlungsempfehlung, ich gehe jetzt nur nach der Vergangenheit, ja. Und da, das sieht so aus, dass wir diesen blauen Kasten sehen. Und wenn er da hinkommt und vielleicht abrallt, ja, wird er vielleicht nochmal Luft holen, bevor es dann richtig nach oben kommt und er dann hier zum Weekly R1 kommt. Aber dieser Bereich, da sind so viele MAs drüber, das ist klar. Oder jetzt auch die CPRs und das Monthly und das Weekly CPR. Es sind sehr starke Widerstände, muss man ganz klar sagen. Aber ich denke trotzdem, er wird es schaffen. Bevor wir dann schlussendlich in den Bereich 56 bis 60, 62 K kommen. So, ich habe euch noch mal das Fraktal versprochen und ihr seht, ja, dass es hier eine sehr lange Seitwärtsphase wäre. Dies ist eh schon langweilig, ja. Und es kann wirklich auch so weitergehen, ja, dass wir hier leicht aufsteigen. Das würde also in etwa passen, könnte so passen. Und bevor es dann wirklich hier in den Bereich 56 K bis 62, 62 K geht. Und dann wisst ihr, wenn ihr euch die letzten Videos anschaut, also meine Videos anschaut, dass wir dann richtig den Bärenmarkt einläuten werden, meiner Meinung nach. Ja, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier noch und es kann wirklich eine Möglichkeit sein, dass wir jetzt noch ein bisschen seitwärts laufen, bevor es dann wirklich nach oben geht. Und das würde natürlich zu was passen oder könnte zu was passen. Da kommen wir jetzt auch dazu und zwar zu der Bitcoin-Dominanz. Denn was können die Allcoins machen, wenn Bitcoin konsolidiert oder auch steigt, je nachdem wie die Bitcoin-Dominanz dann ist, ja. Aber in solchen Phasen pumpen gerne mal die Alls und da kann man richtig fette Games machen, ja. Und gerade wenn jetzt das passiert, was ich euch jetzt zeige. Und zwar, ne, da bin ich jetzt falsch, hier, so. Wir sehen hier, ja, das habe ich auch schon vor langer Zeit mal gezeigt, oder vor langer Zeit, hey, hört sich so an wie vor fünf Jahren, ganz kurz. Aber es war schon vor längerer Zeit. Ich sagte, hier ist auf jeden Fall ein Descending-Triangel möglich im Bitcoin-Dominanz-Chart. Bitcoin-Dominanz heißt, ja, wie viel Anteil hat Bitcoin am kompletten Kryptomarkt, ja. Und er ist im Moment halt wirklich am Fallen. Jetzt sind wir hier meiner Meinung nach in einem Descending-Triangel angefangen, ja. Jetzt könnte, er ist jetzt wieder an der Unterseite, er hat jetzt ein neues Lower Low gemacht. Jetzt ist die Frage, was er macht, ja. Weil, ja gut, mit Volumen arbeite ich hier bei der Bitcoin-Dominanz nicht, ja. Wir müssen eigentlich wirklich abwarten, bis er signifikant dann runterfällt. Und schön, wie die Tests macht und dann weiter runter geht, ja. Hier dieser, diese blaue Bereich hier ist ein sehr signifikanter Punkt, ja. Aber das Ziel, das 100%-Ziel dieses Descending-Triangels ist hier 29% in etwa. Und das ist schon eine Hausnummer, Leute, ja. Wenn dann Bitcoin weiter konsolidiert oder weiter vor sich hergurkt, an Dominanz verliert, vielleicht, lass es mal ein bisschen steiger noch, dann werden die Allcoins explodieren. Ich gehe halt wirklich davon aus, ja, ich habe vor, ach Gott, vor einigen Wochen ein Video gemacht, wo ich sagte, so im Februar, Ende Januar, irgendwann mit einem Zeitpunkt könnte eine fette Allcoin-Season starten und das könnte dann hier durch eingeläutet werden. Ist so, ja. Und dann sehen wir wirklich neue All-Time-Hiles bei den Allcoins. Sonst gehe ich davon aus, ja. Also nicht bei allen, aber bei einigen. Und wie gesagt, keine Handlungs- und Finanzempfehlungen, aber es ist halt, sieht halt stark danach aus, dass wenn wir jetzt da runterkrachen, das ist wirklich, das ist noch gar nicht sicher, wir sind immer noch hier an dieser grünen Linie, ja. Wenn wir da runterkrachen, ja, und Bitcoin, wie gesagt, konsolidiert oder steigt, ja, oder nur moderat steigt, egal, und er weiter runtergeht, dann kann es, dann kommt eine neue Allcoin-Season, die wird wirklich dann auch fett, ja. Aber, ich sehe jetzt, wir sind noch, wir sind zwar schon leicht runter, aber es ist für mich noch kein signifikanter Ausbruch nach unten, ja. Muss mal abwarten. Aber 29% wäre schon, das wäre der tiefste Stand überhaupt, ja. 29% wäre der tiefste Stand überhaupt. Also macht euch dann bereit, wenn es soweit ist. Kommen wir ganz kurz zu Ephelium, da habe ich ein schönes Pattern entdeckt, das habe ich in der Akademie auch schon geteilt, vor, ach Gott, vor einigen Tagen, glaube ich. Wenn ihr Interesse habt, an der Akademie teilzunehmen oder also Fördermitglied zu werden, dann einfach unten in der Beschreibung mich ein Telegramm anschreiben, dann bekommt ihr Informationen zu der Bull vs. Bass Academy und da gibt es, ja, so einiges, was euch erwartet. Des Weiteren würde ich mich natürlich über ein Like freuen für dieses Video und ein Abo, wenn ihr noch kein Abo nennt, habt. Auch die Glocke aktivieren, sodass ihr in Zukunft nichts verpasst und den Kanal könnt ihr dann noch separat unterstützen, indem ihr, wenn ihr natürlich schon gute Trader seid und alles einschätzen könnt, wenn ihr euch bei Femex oder und FTX anmeldet. So, kommen wir zu Ephelium. Und bei Ephelium, ja, also ETH, könnten wir meiner Meinung nach ein schönes Falling Wedge sehen und das wären so meine persönlichen Ziele oder technischen Ziele, ja, die habe ich jetzt für mich schon reingemacht. Das wäre auf jeden Fall gegeben. Er muss jetzt nicht ausbrechen, er kann jetzt hier nochmal einen doppelten Boden machen, das heißt, dass wir hier das Low haben und hier ein Low haben, ja, nicht ein Lower Low, ja, wobei im Moment machen die Kryptos gerne so ein Swing Failure Patterns, also auf jeden Fall in diesem Bereich, dass er hier schön bouncet, bevor er dann hier durchbricht oder er bricht gleich durch, ja. Sei es drum, es ist auf jeden Fall ein mögliches Falling Wedge mit diesen technischen Zielen. So, und zum Schluss, ich habe es ja versprochen, wir euch euch schon mal einen kleinen Einblick geben vom neuen WaveReader, ja, in der Chart-Version. Da sind noch einige andere Futures dabei, wie Pivots und wie andere Sachen, ja, ich will das nicht alles vorwegnehmen, es ist auf jeden Fall ein geiles Ding, muss ich sagen. Wie gesagt, der ist noch nicht ganz fertig, das wird demnächst jetzt kommen, ja, freut euch also drauf und ich kann euch mal erklären, was das so, was das bedeutet. Da haben wir hier einmal die Wolke, oben ist natürlich dann der Bereich, der, ich sage mal, der Short-Bereich, unten wäre jetzt zum Beispiel der Long-Bereich. Hier haben wir den Trend, hier, ja, hier rot ist der bearische Trend, grün ist der bullische Trend und hier diese Punkte heißen, sind wieder so Re-Entries, ja, zum Beispiel roter Punkt bedeutet im roten Trend, hier wäre jetzt Re-Entry zum Einsteigen, um Short zu gehen, ja. Ja, ähm, den genauen, ähm, die genaue Strategie natürlich wird natürlich da noch, äh, mitgeteilt, aber ich will es euch bloß mal kurz zeigen, da was man für Games machen könnte, zum Beispiel hier schöne Short nach unten, das wären dann schon 9%, ja, nur mal als Beispiel, oder wenn der Trend anfängt, wäre schon mitgegangen, ja. Ja, äh, diese, diese, diese lilanen Punkte sind zum Beispiel, ähm, ja, mögliche Take Profits oder, oder Achtung, sichere deine Position ab, ja, da sehen wir hier zum Beispiel schön einen bearischen Zyklus im 4-Stunden-Time-Film sind wir gerade, dann hier schön bullischen Zyklus, ja, also richtig, äh, schön, dann haben wir hier schon wieder einen schönen bullischen Zyklus von da unten, ja, also es ist schon, schon eine nice Sache, ja, und der wird jetzt demnächst, ähm, ähm, bei, für die Akademie rauskommen, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, einfach in Telegram oder auch per E-Mail, unten ist auch die E-Mail-Adresse drin, einfach mich anschreiben. So, das war's für heute, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, euer Dennis von der Bull vs. Bass Academy. Ciao.